Jugendzentrum M&A Dortmund präsentiert Unser Leben in Dortmund. Mein Name ist Ben. Das ist unsere Stadt, Dortmund. Das ist das Westfalenstadion, meine Schule, unsere Gemeinde und das Jugendzentrum. Wir haben sehr viele verschiedene Kinder im Jugendzentrum. Das ist mein Freund. Er ist schwarz, er heißt Ahmed und ist Jude. In der Nähe von Dortmund fließt der Rhein. Aber da geht keiner schwimmen, da der Rhein nichts der Rhein ist. Mein Name ist Fia. Das bin ich. Das ist meine Familie. Ich, mein Papa, meine Mama, meine Oma und mein Opa. Oma und Opa sind sehr alt. Sie sprechen zwar kein Deutsch, aber wir verstehen uns sehr gut. Sie sprechen Jiddisch. Wir haben auch ein Zoo. Da waren wir zusammen mit meiner Oma. Da haben wir Krokodile gesehen. Oma sagte, das sind Verwandte von meinem Papa. Mein Name ist Michael Czerniak. Das bin ich. Bei uns zu Hause wohne ich, meine Mama, Papa und meine Schwester. Meine Schwester hat einen Schatz. Mit ihm telefoniert sie die ganze Zeit. Silvester gab es ein Riesenfeuerwerk überall in der Stadt. Ich kann aber kein Feuerwerk malen. So habe ich einen Fisch gemalt. Dann haben wir auch eine Ikea. Das sind die Menschen, die dort arbeiten. Papa sagt, ihr habt alle krumme Hände. Und das ist unsere Stadt. Besuchen Sie uns einfach. zur Philosopherei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. gaspkt 절 t